Diese Sendung wird unterstützt von HORNE. Mode, die Spaß macht. So, ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung. Wir starten mit Frühjahr-Sommer 2014. Trendig und farbenfroh, frech und stylisch, so präsentierten die sympathischen Models im Modehaus HORNE die Must-Haves des Frühlings und Sommers 2014. Gezeigt wurden Outdoor-Jacken von Camel Active und Wellenstein. Coole farbige Lederjacken von Chipsy und Kombimode von Gary Weber. Viel Beifall fand die junge Mode von EDC bei Esprit, Street One und Cecil und die extravaganten Outfits von Typhoon, Opus, Blue Fire und Passport. Alles wurde perfekt in Szene gesetzt mit passenden Accessoires, Taschen, Schals und Sonnenbrillen. Neu im HORNE Sortiment ist die Marke Coocho mit einer ausgefallenen Jackenkollektion, Blusen und Jeansröcken. Die Partnerfirmen Heinemann Optik, Haus 38 Wohnen und Schenken, sowie die Weilburger Goldschmiede und Gerdis Laden zeigten die neuesten Trends des Frühjahrs. Die Menschenwerkke Die Menschenwerkke Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Im Auftrag des ZDF, 2020 Im Auftrag des ZDF, 2020 Im Auftrag des ZDF, 2020